Das soll ja eigentlich nur ausgeleuchtet sein, also halbwegs sinnig sein, so. Mehr braucht das ja gar nicht sagen. Hauptsache hier ist Boardnecks, siehste, gut. Das sieht aber auch mal wieder geisteskrank hier aus. Danke. Ne, guck dir das mal hier wieder an. Kann ich hier nicht. Doch. Wie denn? Ey. Was ist jetzt passiert? Geister. Geister. Weißbrot. Was will der eigentlich? Geh weg. Arschloch. Arschloch. Wieso finde ich hier keine Enderman? Ich wollte einfach aller Stuck, wobei sie hier direkt vom Haus gespott ist. So. Ich will halt diese Task machen. Das ist halt echt so ne Sache hier. Mhm. Das ist aber auch eigentlich keine Quest für jetzt, also. Ich meine, das ist für's Ende schon. Wirst du schon nach's Ende? Ist das schon langweilig genug, ja? Mh. Mh. Mh, mhm, mh, 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 mh. Ja. Wo ist denn das Silikon, was ich hatte? Ich hab's nicht. Ich mach das jetzt auch wie diese Frau vorhin, dann hol ich auch meine Viola raus. Dann mach ich den Ton des Let's Play Endes. Den Ton des Sohnen. Den Ton des Sohnen. Oh nein. Oh nein. Ein totes Skelett, aber das war schon vorher tot. Ich schwöre. So, unser Geländer ist fertig. Warum bist du eigentlich unsichtbar? Das weiß ich auch nicht. Das hab ich mich vorhin auch gefragt. Geht schon wieder los. Was ziehst du eigentlich, wenn ich die Quest mache? Äh, ne. Okay. Ah! 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 Der Creeper hat sich auf unserer Veranda gesonnt. Ich brauch jetzt noch mehr Leben. Das wollen wir nicht erleben. Doch. Das musst du sogar erleben. Okay. Weil, ähm, das so ist. Ach so. Dann ist das so. Ach! Und wo kommt denn die... Hier kommt die ganze Zeit Creeper, die auf unserer Veranda chillen. Die beste Mobform aller Zeiten. Der Creeper ist hier hinterher auf diese Pflanze, auf diese Caterplant und dann ist er weggefleudert worden und gestorben. Ich war auch schon mal am Skistand. Damals in Black Ops. Bläco. 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 Wow, ich glaube Blackstained Glass. Haben wir einen Tinten-Sack? Sack! Ja, das ist ein Fertig. Dann brauche ich 8 Glas. Und ich mache jetzt was sinnvolles. Oh nein! Weißt du was? Pulverizer. Den könnte ich auch machen, ja. Aber das meinte ich jetzt tatsächlich gar nicht mal. Ach, Mr. Mizen. Und warum nicht? Ah, Little Chest! Tool-Rack könnte ich noch machen. Iron Nuggets und... Oh nein! Ich denke mal jetzt sind wir besser vorbereitet, oder? Ja. Man sollte nur nicht rausgehen. Okay, ich geh raus. Hast du irgendwelche Dinger für irgendwelche Quests für Industrial? Nicht Industrial Crafts, sondern Thermal? Ja. Ah, da. Ja, Pulverizer. Ja, dann mache ich dann den Pulverizer. Ich will Sachen immer mit Quests kombinieren. Hier hast du das richtige Map-Pack für dich gemacht. Oh nein, mein Magen knurrt. Ach, das ist ja nicht mein Magen. Hey, ist der Pisten noch hier irgendwo? Ich glaube ja. Ja. So, unter unserer Veranda ein bisschen besser safen. Das sieht ja noch nicht so toll aus. Ich hätte gerne eine Eisentür. Du kriegst drei. Ah, Copper Gears kann man einfach craften. Okay, nice. Haben wir Copper? Halt doch die Schnauze da unten. Naja, haben wir tatsächlich. Von verschiedenen Mods. Wow, das sieht sehr gut aus. Wie nice, wie einfach die Sachen hier sind. Das ist ja fast zu einfach. Wenn man von Copper kommt, ist das echt irgendwie Pipifucks. Ja. Sehr gut, meine Güte. Ich esse ja gleich was. Haben wir Glas noch? Ähm. Gute Frage. Ja, Baumaterialienkiste haben wir noch welches. Ich habe auch noch für ein schwarzes Glas. Ja. Hey, cool. Du baust da so eine Bar hin. Wo wollen wir die Maschinen hin platzieren? Dachboden? Oder hinten in die Richtung. Hier so hin. Hier. Okay. Ja, ich habe einen Lootback mit einer Bierschaufel Effizienz 3 bekommen. Oh, nice. Oh nein, ich habe mich reingelassen. Was? Oh nein, ich habe mich reingelassen. Wie sieht ihr denn unsichtbar? Kamouflage. Oh, nice. Ich sehe da mal irgendwie eine Maschinenkramkiste oder so. Ähm, ja. Ich komme jetzt auch nicht raus. Da sind Viecher draußen. Wenn ich die Dirtchest mal woanders hin stehe. Kannst du machen. Okay, aber hier diese Thermal Sachen, das bringt ja noch nichts ohne Strom. Wo soll ich denn den Strom mitmachen? Ähm, Survivalist Generator. Was ist denn ein Enderman? LOL Wir haben den Durchgang nicht zugemacht. Hm? Gut. Ich habe einen Survival Generator gebaut. Und der macht das aus Kohle oder was? Ja, Kohle, Holz, eigentlich alles. Haben wir Kohle? Eigentlich schon, oder? Eigentlich müssen wir was haben. Ich habe einen Eimer mit Feuerwasser. Mit Vodka oder was? Weiß ich nicht. Das heißt einfach Feuerwasser. Das kam aus dem Lootback raus. Okay. Am besten gleich die ganze Insel aus, äh, den ganzen Berg ausleuchten. Mit Glück ist nichts kaputt gegangen. Ich habe das jetzt alles geclaimed, dann können die Creeper nichts mehr kaputt machen. Okay. Ja, kill, kill, kill. Was gibt's denn dafür jetzt als Belohnung? Lebensfrüchte, goldene Apfel und eine Lootchest. Ja, einen goldenen Apfel. Den tue ich mal in die Küche. Eigentlich kannst du alle Essenszutaten, äh, in die Küche reintun. Stimmt. Weil, ähm, dann erkennt diese Craftingbox alles, was du craften kannst aus dem Essen. Mhm. Im Moment können wir leider nur frisches Wasser und Salz machen. Das ist nicht unbedingt eine sehr schöne, ausgewogene, äh, ja. Findest du? Salz und Wasser. Oder? Salz, Wasser. Hey, wir haben einen Sand bekommen. Ach so, das war, äh, Gravel erst, äh, Gravel was hier. Ein bisschen Sand, oder was? Ja, erst gravelet der zusammen. Ach so, ja, dann kann ich ja Gravel erst mal holen. Ah! Oder ich laufe in eine andere Richtung und suche mich nicht mehr. Bring's irgendwie nicht. Hm? Naja, alles wird hier ein bisschen Evoker-Fang gerade gekriegt und da taugt irgendwie nix. Ich kann auch Apfelsauce machen. Oder Fruchtsalat. Ne, ich nehm' Äpfeljuice. So. Fruchtsalat. Yummy, yummy. Fruchtsalat. Also ich hab' noch drei Burger und ein Brot. Ich hab' zwei Burger, sechs Monster-Jerky und 32 Apfelsaft. Ich mach mir auch mal Apfelsaft, wo ist der Juicer hin? Äh, in der Küche. Schmeiß einfach die Früchte hier irgendwo rein und dann kannst du hier an das Crafting-Ding gehen. In den Pitchen-Counter, oder? Ja, genau. Das ist eine Multi-Block-Küche. Das ist jetzt alles miteinander verknüpft. Okay. So. Solange der Juicer hier in den Racks hängt, kannst du bei dem Crafting-Terminal dann, äh, dann, ähm, Saft craften. Das wär cool. Ich komm hier einfach hinterher. Okay. Ja, dann geh' ich mal hier lang. Ich glaub' hier war ich noch nicht. So, Wasser-Beal. Und zwei Chance-Cubes. Das wird zu geriskant. Mir nicht. Okay, ich schau' dir zu. Spannend! Bumm! Ah! Ah nein! Ah nein! Ah nein! Da hab' ich meine Dinger. Ja, jetzt hast du ganz viele Hunde. Ah nein! Ah nein! Ah nein! Aber du kannst ja auch nicht ertrinken, ne? Solange du da drin stehst. Ah ja! Ah nein! Ah nein! Da seh' ich keinen Mauszeiger mehr. Deleted. Wait, what? Ich bin im Wasser gespawnt. Ich hab' die da oben getan. Wow! Ah! Ah! 5 Points! Ach so, ach so! Wo ist mein Rad sein? Ach so! Ach so! Ach so! Mist, 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 Mist! Ich ertränke! Das war's auch leider schon wieder mit Strange Times. Falls du die nächste Folge nicht verpassen willst, lass doch einfach ein Abo da.